Große Verwirrung um Gil Oferim und seine Bezahlung der 10.000 Euro Auflage. Ja, die Presse melkt mal wieder die Lügenkuh Gil Oferim, der spektakulär vor Gericht zugegeben hatte, dass er gelogen hatte, als er behauptet hatte, dass er wegen seiner Kette angefeindet wurde. Wo ja die ach so schlauen YouTube-Anwälte behauptet hatten, ja, das wird bestimmt nie vor Gericht gehen, das wird einfach so eingestellt. Es kam aber ganz anders und ein Hass auf Gil Oferim ergoss sich, weil er so absurd dreist gelogen hat. Und diesen dort entstandenen Hass auf Oferim, den melkt man nun schon seit Jahren, muss man sagen. Ja, was die Presse schon alles mit Gil Oferim verdient hat, sie müssten ihm eigentlich die 10.000 Euro, so als, ich sag mal, Prämie geben, damit er endlich mal seine Strafe bezahlt. Und wenn man RTL glauben kann, also dem seriösen TV-Sender, der immer die Wahrheit sagt, RTL, wenn man den glauben kann, soll Gil Oferim jetzt endlich die Strafe bezahlt haben. Denn so schreibt RTL, wie RTL aus gut unterrichteten Kreisen erfahren hat, soll Gil Oferim die vom Gericht geforderte Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro beglichen haben. Ja, gut unterrichtete Kreise. Warum eigentlich keine gut unterrichteten Vierecke, Dreiecke, Quader, Trapeze? Man weiß es nicht, bei RTL sind es auf jeden Fall Kreise. Oder anders gesagt, man hat nichts Offizielles, sondern irgendein Gesülze von irgendwem. Und das ruft dann andere investigative Journalisten auf den Plan, die nachfragen bei Gericht, ja, ist denn da was eingegangen? Und da sagt das Gericht, nö. Und so schreibt man zum Beispiel bei NTV, keine Belege, Verwirrung um Gil Oferims Geldauflage. Oder bei Fokus heißt es, Wirrwarr um Gil Oferim, Gericht weiß nichts von gezahlter Geldauflage. Und ähnliche weitere lächerliche Schlagzeilen. Übrigens, die Käseblatt-Schmierfinken sind auf die Idee gekommen, man könnte ja bei der jüdischen Gemeinde mal nachfragen, ob die was wissen. Aber die in Leipzig sagen auch, nö, wir wissen nix. Und man muss echt sagen, was für ein riesiges, lächerliches, schmierend Komödientheater von der Presse, was hier wieder abgezogen wird. Wo es am Ende wieder nur darum geht, mit dem Hass auf Gil Oferim Kohle zu machen. Denn wenn hier wirklich Verwirrung herrscht, so wie man das hier behauptet, dann müssen Journalisten wirklich völlig inkompetent und unfähig sein, überhaupt irgendeinen Bankautomaten zu bedienen oder online einen Überweisungsträger auszufüllen. Geschweige denn einen auf Papier. Bankgeschäfte müssen wohl für Journalisten ein Brief mit sieben Siegeln sein. Abgesehen davon, dass Gil Oferim noch drei Wochen und ein paar Tage Zeit hat, den Kram zu bezahlen, also der 28. August, ist der Termin, wo gezahlt werden muss. Und wenn Gil Oferim nun, wie behauptet wird, die Zahlung hier schon angewiesen hat, dann heißt das noch lange nicht, dass die irgendwo durchgeführt sein muss. Weil es ist überhaupt kein Problem zu sagen, naja, mach die und die Überweisung an dem und dem Datum. Ja, diese technische Revolution im Rahmen der Bankgeschäfte geht tatsächlich. Okay, das wissen natürlich Journalisten nicht, weil meistens wissen sie von nichts irgendwas, sondern erfinden einfach alles. Aber selbst dem denkunfähigsten Journalisten muss doch mal aufgefallen sein, dass wenn er den Überweisungsträger, den er ausgefüllt hat, und bei der Bank in den Postkasten geschmissen hat, dass der nicht dann überwiesen wird, wenn er ihn in den Postkasten geschmissen hat. Nee, den muss die Bank erstmal rausfischen, einscannen und verarbeiten. Sowas kann dauern. Und ja, selbst bei Online-Überweisungen gibt es tratentütige Banken, die tatsächlich ziemlich lange für eine digitale Überweisung brauchen. Und naja, da wir jetzt ja Wochenende haben und an Wochenenden arbeitet die Bank ja nicht, außer man macht eine sogenannte Sofortüberweisung, heißt das also, bis Montag mindestens gibt es noch Theater um diese 10.000 Euro. Oder eben noch drei Wochen länger, weil eben die Zahlung zu einem späteren Datum angewiesen ist. Aber das würde der Presse ja super in den Kram passen, weil dann können sie weiter ihre Fake-News-Artikel verbreiten. Umso eben mit Lügen über den ach so schlimmen Lügner Gil Ofarim, den die Presse ja ganz schlimm findet, weil er gelogen hat. Ja, ganz schlimm findet die Presse den. Aber mit Lügen über den Lügner Geld verdienen, das ist völlig okay. Das ist kein Problem. Weil die Presse lügt ja nicht, sondern die Presse vertauscht aus Versehen da einfach irgendwelche Sachen, hat es dann nicht mitgekriegt. Und später fällt das erst auf. Wie ja bei der Urkundenfälschung vom Spiegel bezüglich der Rammstein-Skandale behauptet wird, dass man sagt, ach, da haben wir einfach mal was vertauscht, das war keine Urkundenfälschung. Wir wussten es jetzt nicht besser, es ist ein Fehler, es kann da mal passieren. Und nach diesem lächerlichen Prinzip läuft natürlich jetzt auch wieder diese 10.000 Euro Kohlebezahlgeschichte ab, wo ja schon die lächerlichsten Äußerungen gebracht wurden, warum und wie und wann er das denn zu zahlen hat oder nicht. Beim letzten Mal hatte die Bild-Zeitung sich ja, wie üblicherweise, zur Lachnummer gemacht, weil da die Chefredakteurin tatsächlich meinte, dann hätte er halt im schlimmsten Fall sein Auto verkaufen müssen. Wobei ja nicht mal ein Gerichtsvollzieher einem Schuldner das Auto pfänden würde, weil der braucht das ja, um damit Geld zu verdienen. Zum Beispiel, um damit einfach zur Arbeit zu fahren, wo man dann Geld verdient. Aber gut, sowas weiß die Presse alles nicht, so wie die Presse natürlich auch nichts darüber weiß, wie Bankgeschäfte funktionieren. Aber Hauptsache, alle Käseblätter pflastern wieder das Internet zu mit lächerlich peinlichen Fake News. Übrigens, mich würde es nicht wundern, wenn das reine Fake News sind, also dass es halt auch keine gut unterrichteten Kreise gibt, die da was wissen, sondern dass es einfach Quatsch ist, weil Gil Oferim einfach schlichtweg die Kohle gar nicht hat und sie gar nicht auftreiben kann. Denn wie ja schon bei der Gerichtsverhandlung rauskam, steht Gil Oferim finanziell nicht so besonders gut da. Und vor ein paar Monaten hat er ja auch versucht, die Gitarre von seinem Vater zu verscherbeln, in der Hoffnung, die Kohle zusammenzukriegen. Ob er also die Kohle jetzt tatsächlich zusammen hat? Schwierig. Und auch wenn in der Presse und auf YouTube das Märchen verbreitet wurde vom reichen Juden und dass alle Juden reich sind, also auch Gil Oferim, naja, widersprechen viele Fakten und Daten genau dieser Geschichte. Unter anderem eben das, was die Managerin vor Gericht ausgesagt hat. Sprich, mich würde es tatsächlich nicht wundern, wenn das Ganze doch weiterverhandelt wird, weil einfach Gil Oferim es bis heute nicht geschafft hat, die zehn Lappen zusammenzukriegen. Was natürlich der Presse 1a gefallen würde, weil dann kann man weiter das Internet mit Käse über Gil Oferim zuflastern und weitere Artikel über den Lügner schreiben, während man aber selber eigene Lügen verfasst. Und es ist halt schon ziemlich absurd und lächerlich, dass die Lügner sich über einen Lügner moralisch echauffieren. In diesem Sinne ist das Gejammer noch so groß und das Geschrei, dann war es sicherlich eine Presseheuchelei.